Reality-Sternchen Sarah Liebig wird für ihre Teilnahme an der Reality-Show, prominent getrennt, kritisiert. Ist das gerechnet? Im Frühjahr sorgte die RTL-Plus-Show, Temptation Island, für einen weiteren Skandal im deutschen Reality-Fernsehen. Nachdem in der Promi-Ausgabe, Temptation Island VIP, Alex Petrovic, seine damalige Freunden Christina Dimitriou für Vanessa Enwatou, die als Verführerin teilnahm, verlassen hatte, schlug Nico Legardt einen ähnlich Weg ein. Temptation Island Nico Legardt und Sarah Liebig trennten sich in der Show. Thorsten Legards Sohn betrug seine damalige Freundin Sarah Liebig vor laufenden Kameras mit Verführerin Siria Longo. Das Paar brach das Experiment daraufhin ab und trennte sich noch während der Dreharbeiten. Dabei hatten die beiden vor, Temptation Island, noch von Kindern gesprochen. Doch, das war alles nur Show, wie Legardt beim großen Wiedersehen zum Abschluss der Staffel klarstellte. Eigentlich habe er sich bereits vor der Sendung von Lieblich trennen wollen. Nico Legardt weiter Ich glaube, ich habe an einem gewissen Punkt mit der Beziehung für mich selbst abgeschlossen. Das Problem war, irgendwann war eine gewisse Gewohnheit in unserer Beziehung, und mir wurde von Tag zu Tag immer mehr klar, dass ich glaube, ich will das gar nicht mit ihr. Prominent getrennt Sarah Liebigs Teilnahme stößt auf Kritik. Entsprechend verletzt zeigte sich Sarah Liebig im Netz. Dass sie jetzt mit Legardt an »Prominent getrennt« teilnimmt, rief vor allem kritische Reaktionen bei den Zuschauern hervor. Und auch Siria Longo, die nach »Temptation Island« nicht mit Legardt zusammenkam, hat sich geäußert. Die Maske ist gefallen, äußerte sie sich nach Verkündung des neuen »Promiment getrennt« Casts auf Instagram. Und weiter Sie meinte, »Wie würde ihm nie wieder eine Plattform bieten« und sich von ihm fernhalten, entscheidet sich dann aber dafür, eine weitere Show mit ihm zu machen. Das ist meiner Meinung nach fragwürdig. Ex on the Beach und Co. Sarah Liebig schloss Teilnahme nie aus. Fairerweise muss man sagen, dass Liebig weitere Formate mit »Legardt nie ausschloss«. Im Interview mit YouTuber Ramon Wagner erklärte sie im Sommer, von Wagner direkt auf »Prominent getrennt« und »Ex on the Beach« angesprochen. Ganz schwierig, ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich sagen, »Nein«. Aber ich weiß nicht, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so einen Abschluss damit finden kann, und bin mal gespannt, ob in den nächsten Wochen dieser Punkt kommt, an dem ich sage, »Ich bin darüber weg«. Inzwischen ist auf Liebichs Instagram-Account ein vielsagendes Statement zu lesen. Manchmal muss man den Mut haben, die Richtung zu ändern, um seinen Weg zu gehen. Annen nok Leuten vom Was Mit Wirklich Wirklich Wirklich